In diesem Webinar würde ich Ihnen gerne meine Intervallspirale vorstellen. Sie wissen ja, gemeinsames Singen und Musizieren wirkt wie eine Art sozialer Klebstoff und trainiert spielerisch unsere Fähigkeit zur Kommunikation. Also tun Sie sich und der Welt etwas Gutes und machen Sie selbst Musik. Meine Intervallspirale hilft Ihnen dabei. Sie brauchen zum Musikmachen Ihr Gehör, Ihre Stimme und manchmal auch Hand und Fuß. Mit der Intervallspirale bringen Sie Ihren Sehsinn ins Spiel. Die Intervallspirale ist eine bildliche Darstellung unseres Tonmaterials. Ich habe die Intervallspirale vor einigen Jahren entwickelt, um spielerisch und intuitiv zu einer verlässlichen Klangvorstellung zu kommen. Im Laufe der Jahre ist die Intervallspirale ausgereift und hat sich in der Praxis bewährt. Die Intervallspirale ist viel einfacher als das Notenlesen und gleichzeitig eine sinnvolle Ergänzung, wenn Sie schon Noten lesen können. Mit der Intervallspirale können Sie sich jede Tonfolge vorstellen und aus dieser Vorstellung heraus singen oder spielen, vom Kinderlied bis zur Zwölftonmusik. Mit der Intervallspirale verbinden Sie Ihre Vorstellungskraft mit Ihrer musikalischen Begabung. Nur Mut, Sie haben beides. Wenn Sie mit der Intervallspirale umgehen können, wird Ihnen Musik viel leichter fallen. Auf meiner Website können Sie sich über mich informieren. Das ist musikistmehr www.musik-ist-mehr.de Ich habe noch zwei Tipps für Sie zum Webinar. Laden Sie sich ein paar Freunde nach Hause ein und nehmen Sie gemeinsam am Webinar teil. So kommt das Webinar dem gemeinsamen Musikmachen schon recht nah und macht mir Spaß. Tipp Nummer zwei, melden Sie sich auch dann zum Webinar an, wenn der Termin für Sie nicht passt. Falls ich die Videoaufzeichnung freigebe, kommen Sie auch dann in den Genuss. Wir sehen uns hoffentlich zum Webinar zum Thema Intervallspirale. Darauf freut sich Ihr Bernd Michael Sommer. Darauf freut sich Ihr Bernd Michael Sommer.